Eieiei, der Körper fährt jetzt langsam runter nach der Festival-Saison. Freunde, ich war auf dem ersten Moos Meadow Festival in Feuchtwangen. Und die Veranstalter haben sich gedacht, wenn wir schon ein Festival das erste Mal stattfinden lassen, dann übertreiben wir auch gleich vollkommen mit dem Line-Up. Dieses Line-Up sah nämlich so aus. Für mich persönlich waren da schon einige Highlights dabei, wie zum Beispiel meine Base von TWS. Natürlich Set Your Sales, ganz klar, From Fall to Spring, die ich noch nie gesehen habe. Und, und, und. Wir sind am Samstagmittag so zwischen 12 und 13 Uhr angekommen. Wir waren ja nur einen Tag vor Ort. Das Ganze ging aber von Freitag bis Sonntag. Der Main-Day, wenn man sich das Line-Up aber anschaut, war definitiv am Samstag. Es hatte an diesem Tag ungefähr 400 Grad, was natürlich extrem anstrengend war. Aber ja gut, da muss man halt durch. Der Aufbau des Festivalplatzes finde ich sehr schön. Ich habe euch das hier jetzt mal aufgezeichnet. Wir haben hier im hinteren Bereich so eine Area, wo man eben Essen kaufen kann, Trinken kaufen kann. Man kann sich diese Getränke-Balls kaufen. Also das Ganze läuft getränketechnisch so ab. Man kann sich für 20 Euro so ein Kärtchen kaufen. Und es wird dann immer so abgekreuzt, so ein Euro, ein Bildchen da drauf. Kann man machen? Ja. Es gab in diesem hinteren Bereich auch so Chill-Out-Areas mit so Palettenbänken, die übelst bequem waren. Natürlich würden auch Fußballspiele übertragen, was mich hätte nicht weniger interessieren können, weil mir ist Fußball echt mega Latte. In der vorderen Hälfte des Bereiches hatten wir dann den Front-of-Stage-Bereich und natürlich die Stage an sich, logischerweise. Die Merchandise-Stände waren da an der Seite, es gab nochmal einen Bierstand, also man war voll versorgt. Hydriert bleiben war natürlich extrem wichtig, aber die Stimmung war trotz der Hitze doch sehr gut und trotz der Menge, die eben an Leuten da waren. Weil klar, wenn du jetzt an so einem heißen Tag eine Veranstaltung, Open-Air veranstaltest, dann sind eben nicht gleich um 13 Uhr alle Leute da. Das ist ja auf jedem Festival eigentlich fast so. Als wir gekommen sind, haben dann gerade Accused gespielt, die haben extrem Spaß gemacht, das war geil, da kann man gar nichts sagen. Was mir aber direkt am Anfang aufgefallen ist, als ich den Zeitplan angeschaut habe, wir haben hier zwischen den Bands 15 Minuten Zeit gehabt für den kompletten Bühnenumbau und den Line-Check. Da dachte ich mir schon im Fonds hinaus, oh, das könnte glaube ich ein bisschen knapp werden. Zumal ich selber schon mit der alten Band auf Festivals, Open-Airs gespielt habe, wo das gleich geregelt worden ist mit den 15 Minuten und das klappt nie. Deswegen kam es dann auch gegen Ende leider so, wie es kommen musste und es wurden den letzten Bands, also TBS und Venues, zeitgestrichen. Was ich persönlich extrem schade finde. Ich habe da aber auch so ein bisschen einen Soft-Spot, weil eben, wie gesagt, uns mit unserer alten Band ist schon exakt das Gleiche passiert. Das Problem, das da eben mit sich kommt, ist, dass wir eine nicht wirklich faire Verteilung der Time-Cuts haben. Wir haben eben viele Bands, die dann trotzdem ihre Zeit spielen und das hat man dann auch gesehen beim Headliner Any Given Day, waren wir irgendwie 20, 25 Minuten später erst fertig, wie der eigentliche Zeitplan das vorgesehen hat. Dementsprechend hat man dann eben am Ende noch einen schnellen Cut gemacht und das ist immer sehr schade für die Bands, die dann eben diesen Slot bekommen. Ich persönlich würde das eben ein bisschen anders regeln. Man könnte natürlich sagen, okay, man macht längere Umbaupausen, aber man will vielleicht auch eine gewisse Menge an Bands haben. Mein persönlicher Einfall da wäre, die hintere Hälfte der Veranstaltungslocation zu nutzen und im Eck eine kleine Bühne hinzustellen, für gerade kleinere Bands, lokale Bands, Newcomer-Bands, die Umbaupause und die Line-Check-Pause vielleicht auf 20 bis 25 Minuten zu setzen und in dieser Zeit auf der zweiten Bühne einfach eine kleine Bühne die kleineren Bands spielen lassen. Dass man eben sagen kann, okay, wir wollen eben nicht so lang, dass es Ruhe hat oder wir wollen halt, dass die Bands durchballern. Jo, das kann man dann aber trotzdem machen mit der zweiten Bühne. Also das ist auch gar keine bös gemeinte Kritik, sondern es ist einfach ein bisschen schade für die Bands am Ende. Natürlich muss man auch ganz klar dazu sagen, eine zweite kleine Bühne ist halt nicht einfach nur eine zweite kleine Bühne aufbauen, das ist halt die Kosten der Bühne selber. Du brauchst nochmal eine komplette Soundanlage, PA, alles, du brauchst nochmal einen Tonmann, Mischpult, das kommt da natürlich alles dazu. Würde ich persönlich aber einfach als beste Lösung für so etwas sehen. Oder einfach längere Umbaupausen. Aber wir machen mit den Bands weiter und wir haben hier nicht von allen Bands komplett Videoaufnahmen machen können im Pressegraben. Zum einen war es, weil wir eben auch mal ein bisschen durchschnaufen mussten, ein bisschen was trinken, ein bisschen hydrieren, uns das Gelände ein bisschen anschauen, da ist man natürlich nicht immer nur im ersten Bühnengraben. Zum anderen hatten wir zum Beispiel bei Ghost Kid das Problem, dass die Securities uns nicht in den Pressegraben gelassen haben mit unserem Pressebändchen. So klar, da war Pyro und alles, aber wir haben eben genau gewusst, zu welchen Songs das Pyro gezündet wird und die wollten uns einfach nicht mehr reinlassen. Und selbst eine Dame des Veranstaltungsteams hat mit den Secus geredet und hat gesagt, ey, die haben einen Pressepass, lass die in den Pressegraben. Dann war alles so, ja okay, dann war die Dame weg und fünf Minuten später hieß es wieder, ihr kommt nicht rein. Also das ist hier in keinster Weise irgendwas gegen die Veranstalter, aber an diesen Secu-Chef, der da vor Ort war, Get Your Shit Together, das war sau unprofessionell von dir und ja, die haben uns komplett während Ghost Kid da einfach nicht reinlassen. Und nochmal, das hat nichts mit dem Veranstalter selber zu tun, das war einfach dieser Secu-Chef. Welche Band mir extrem gefallen hat, auch vom Auftreten allgemein her, war Alchemist. Da haben wir am Ende auch noch mit dem Sänger ein bisschen gelabert, Grüße gehen raus, ihr seid geil und diese pinke Stürmmaske, yo Alter, ist das geil. Andere Bands, die wir uns eben so angeschaut haben, aber halt nicht komplett drin waren, sondern auch einfach mal ein bisschen zum Durchabend und einfach mal ein bisschen die Bands genießen. Was mir alles gefallen hat, Slope, Disaster Area, Half Me, Venues, die sowieso liebe, Facing Fears und Deez Nuts. Deez Nuts nur ein bisschen, denn während Deez Nuts hatten wir ein bisschen Zeit mit TBS und das seht ihr jetzt. Wir sind hier auf dem Music Forge und wir haben hier die Jungs von TBS, Alex und Struppo, sag mal so. Wow, ja, wir sind gerne hier. Wer kann ein Rückwärtssalto? Alex, ich will auch ein Rückwärtssalto machen. Wir sind hier auf dem Meadow Festival? Ja, ja, ja. Das findet das erste Mal statt. Wenn ihr das erste Mal ein Festival machen würdet, wie würde das heißen und welche Bands würdet ihr buchen? Altrip. Mein eigenes Festival würde heißen Cool Music with Friends. Ja, ja. Und wen würdet ihr buchen? Wer wären die Friends? Mein Mutter und mein Vater. Meine Oma. Krass ist einer. Ich will ein Salto machen. Okay. Ich mach das heute auch auf der Bühne. In den Wellmer hier. Wir sind schon über 14. Wir haben gerade gehüpft. Wir sind gehüpft zusammen und hatten den Spaß unseres Lebens. Amen. Ja. Die Hüftburg war ab 14. Hi. Also nochmal, nochmal. Wir wurden gerade aus der Hüftburg geworfen. Weil wir noch nicht 14 sind. Ja, aber das stimmt ja nicht. Ich hab Ihnen meinen Ausweis gezeigt. Was verschüttet hat. Nicht mit TBS. Eure letzte Single. Bauchtasche. Dieses wunderschöne Exemplar hier. Ist ja schon eine ganze Weile her. September. Wann können wir die nächste Single erwarten? Wir haben uns doch aufgelöst. Ah. Siehst du die Hüftburg da hinten? Das ist quasi unsere Karriere. Das sind die Trümmer eurer Karriere da hinten. Ne, wir haben tatsächlich einige Singles gemacht. Aber es ist noch nicht draußen. Wir haben auch noch kein Datum. Aber es wird dieses Jahr passieren. Vielleicht im nächsten Monat. Was man sagen kann, ist, dass wir uns wirklich alle Mühe gegeben haben, eure Leben zu zerstören. Wirklich ist es versprechend, dass es gut ist. Das wird gut. Könnt ihr schon so ein bisschen teasern, was vielleicht sich auf dem Album gibt? Ritter und Drachen. Modische Accessoires. Wochentage. Alkoholische Getränke. Tiefkühlwaren. Italienische Nationalgerichte. Ah, Fische. Modische Accessoires. Gutes Thema. Bauchtasche. Ihr habt einen Trend in Deutschland wieder gesetzt. Alle tragen Bauchtasche wieder. Wegen euch. Was ist das nächste modische Accessoire, das ihr wieder im Trend bringen werdet? Sportautos. Immobilien. TBS Sport aus unseren Häusern. Das ist dann der TB Sportwagen. Könnt ihr schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das neue Album angeht? So titelmäßig, gästemäßig. Oh nein, es wird weiß. Es wird weiß. Und die Lieder sind cool. Ihr habt ja im Mannheim euer Heimspiel dieses Jahr. Das große Heimspiel. Zigtausend Leute. Tickets in der Videobeschreibung. Habt ihr schon Vorbets am Start? Haben wir schon? Nee, 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 nee. Ich merke gerade, wir können überhaupt nichts sagen, verraten. Nee, wir durften so wenigstens sagen. Stehen wir hier gestern am Besten mehr. Wie geht's euch? Man kann vielleicht auch sagen, dass die Support, also die Supports, die Vorhauten, die haben beide was gemeinsam. Tiere. TBS Vorbets. Ja, ja. Bloodhaut Gang. Ja, tote Tiere. Ratet mal schon mal in den Kommentaren da unten. Wir haben dir noch gar keine Fragen gestellt heute. Aber wie gehst du eigentlich? Das war's mit Brain TV. Ciao Leute. Ciao. Set Your Sales waren gewohnt stark. Hier war auch das erste Mal am Tag dann Pyro mit dabei. Jedenfalls das erste Mal, dass wir es direkt gesehen haben. Da stand noch das Pyro auf der Bühne. Und man hat, während die Pyro gezündet worden ist, gesehen, oh wow, das geht bis an die Lampen oben hin. Ich hoffe, da passiert nichts. Es ist nichts passiert und man hat auch sofort reagiert. Und hat auch während dem Act, dann während Set Your Sales, kein Pyro mehr gezündet. Und hat das Pyro dann eben in den Bühnenkram gesetzt. Set Your Sales aber einfach wie immer gewohnt stark. Das ist eine saugeile Band. Wenn ihr Set Your Sales nicht kennt, zieht die euch rein. Definitiv. From Fall to Spring fand ich auch extrem stark. Ich finde es sehr mutig, wenn eine Band in diesem Genre, in the end von Linken Park gecovert, wenn man schon in diesem Genre unterwegs ist. Weil da achtet man eben deutlich genauer nochmal drauf, wie das klingt. Hat mir aber im Großen und Ganzen alles sehr gut gefallen. From Fall to Spring, saugeile Band, hat mega Spaß gemacht. Rap-Technisch sind übelst talentiert einfach. Also Rap-Technisch habe ich das wirklich umgehauen. Umgehauen. Dann kamen Ghost Kid. Und ich habe Ghost Kid bisher einmal gesehen als Vorect von den Emil Bulls. Fand ich ganz cool. Ich muss aber sagen, Ghost Kid ist glaube ich eine Band, die funktioniert Open Air deutlich besser. Also ich weiß nicht genau, was es war, aber ich fand jetzt hier auf Meadow eben Open Air mit Pyro und alles, da hatte das einfach viel mehr Energie als in einer Halle. Jedenfalls kam das mir so vor. Die Headliner waren dann Any Given Day und das ist halt einfach nur auch saugeil. Habe ich auch das erste Mal gesehen. Hat übel Spaß gemacht. Die Wall of Death gegen Ende. Das sieht vielleicht ein bisschen leer aus. Man muss aber hier auch dazu sagen, ich kann nicht wirklich einschätzen, wie viele Leute da waren. Der Platz hätte mehr hergegeben, aber ich finde für ein erstes Festival, weil das fand ja zum ersten Mal statt, fand ich das mehr als fein, wie viele Leute da waren. Aber diese geschätzt tausend Leute hatten auf jeden Fall übelst Bock. Und das hat man auch bei Any Given Day gesehen, das hat man bei TBS gesehen, komme ich aber gleich nochmal dazu. Und ja, Any Given Day, saugeile Band. Hier, Frontmann, wow. Da kann man schon mal anfangen zu sabbern. Nach den Headlinern haben dann Venues und TBS gespielt. TBS haben wir aktiv aus dem Bühnengraben verfolgt. Da kam keine Pyro. Da war glaube ich Pyro geplant, kam aber glaube ich keine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht gab es ja irgendwie zeitliche Probleme oder so. Also, dass es zeitliche Probleme gab, wissen wir ja. Den sind ja glaube ich vier oder fünf Songs gecuttet worden, was für mich als jemand für den TBS aktuell so die absolute Lieblingsband ist, weil das alles ist, was ich an Musik liebe. Das hat schon ein bisschen wehgetan, aber es hat übertrieben Bock gemacht, einfach die Band im Bühnengraben immer wieder aufzunehmen. Mir macht es an sich extrem Spaß, Videos zu machen. Überraschung. Das Ganze eben im Bühnengraben zu machen, versuchen geile Aufnahmen zu bekommen, so wie diese Aufnahme, wo eindeutig eine Szene von 300 ist. Das ist Leonidas, das ist nicht Stroppo, Leute. So, da schaut man dann so am Ende so die Aufnahmen an und denkt so, ja man, das war geil. TBS hat einen ultimativ Bock, ich habe die selten mit so viel Freude und Spaß erlebt, das ist nicht wahr eigentlich immer, aber diesmal haben sie ein bisschen anhinster gewirkt irgendwie. So, da ist dann auch mal zwischendrin eine Ansage für fünf, sechs Minuten gekommen und irgendwann die Realisierung, oh, warte mal, da kommt ja noch ein Song. Man hat sich coole Sachen auf der Bühne überlegt, wie zum Beispiel eine Bierdose, die über eine Angel in das Gesicht von Stroppo gehalten wird, was mäßig funktioniert hat. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, vielleicht lag es auch daran, dass es Open Air war. Ich habe TBS auch noch nie Open Air gesehen, aber ich habe Stroppo noch nie so eskalieren sehen live. Das war, das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist wie, wenn man so einen Haufen Kinder beim Spielen zuguckt bei TBS. Die haben Spaß, man hat Spaß beim Zugucken, dass das Publikum Spaß hatte, hat man mehr als gesehen. Ey, und ganz ehrlich, TBS werden in den nächsten Jahren noch so große Mengen ziehen. Ich persönlich habe das Gefühl, von meiner Sicht her, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, dass bei TBS auch am meisten los war und das Publikum, glaube ich, auch am feierwütendsten war. Man muss aber auch sagen, temperaturtechnisch war es eben zu dem Zeitraum auch am angenehmsten vom ganzen Tag. Unterm Strich hatte ich ein sehr schönes Most Meadow Festival, das erste seiner Art, also es fand halt das erste Mal statt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze nächstes Jahr aussehen wird. Das Problem ist natürlich immer so mit Juni-Festivals. Der Juni ist komplett voller Festivals. Ich habe allein am Meadow-Wochenende drei Festivals, wo ich gerne hingehen würde. Drei. So was fuckt mich dann schon ein bisschen ab, dass man halt einfach unmöglich alles mitnehmen kann. Aber ja, Festival-Veranstalter, bitte setzt doch nicht immer alles in Juni. Bitte nicht. In meinen Augen war das erste Meadow Festival ein Erfolg. Wir haben hier und da ein paar Stellen, wo man ein bisschen was ausbessern könnte. Gerade so die Sekus, dass die ihren Shit-Together bekommen. Das ist jetzt mein geschworener Erzfeind, der Chef von den Sekus. So was wie die Umbaupausen, wo mit 15 Minuten einfach nicht wirklich funktionieren kann. Ich bin der Meinung, eine zweite kleine Bühne wäre ganz geil. Nächstes Jahr geht das Ganze vier Tage. Es gibt schon die Early Bird Blind Tickets. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Meadow Festival an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass wir hier zusammenarbeiten konnten. Das hat mir extrem Spaß gemacht. Es war ein sehr schöner Juni-Festival-Abschluss für mich. Es kommt ja noch das eine oder andere Festival. Eigentlich nur noch eins im August, das Music Forge, wo ich auch extrem Bock drauf habe. Aber an dieser Stelle, das war das Most Meadow Festival 2024. 2024. Wirklich, ganz ehrlich, von tiefstem Herzen, checkt das Meadow nächstes Jahr aus. Es ist ein saugeiles Line-Up. Also was wir allein schon dieses Jahr hatten, ist völlig insane. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass nächstes Jahr auch nur in irgendeiner Form weniger insane wird. Wenn ihr wisst, ihr habt da Zeit, kauft euch die Tickets direkt. Das hilft den Veranstaltungen wie sau. Und das ist ein Festival, wo, glaube ich, noch richtig schön was draus wird, wenn man ihm die Chance gibt und das Festival extrem gut besucht einfach. Deswegen mein Appell an euch, checkt das Meadow Festival aus. Das hat einfach nur extrem Bock gemacht. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalten Sie wieder ein. Oder so.